Das sind doch junge Vögelchen, die etwas gesessen werden. Ich will auch etwas gesessen, Quacki. Es stinkt mir grauenhaft, immer noch an diesen Tannenzapfen zuge. So ein paar zarte junge Vögelchen, Quacki. Du redest mir aus der Seele, Quacki, du krachzisch eines aus dem Herzen. Aber wo sind sie? Das frage ich mich auch, Quacki. Ich sehe sie nie mehr. Ich auch nicht. Quacki. Diese jungen Grasmücken waren in ihrem Berberitzenstrauch auch so gut versteckt, dass Quacki und seine Frau sie nicht entdeckt haben. Dabei hatten sie ja wirklich scharfe Augen. Was ist ihnen anders übrig geblieben, als gegen Abend wieder nach Hause auf ihre Tannen im Wald rauszufliegen? Aber die Nacht kann für junge Vögelchen genauso gefährlich sein wie der Tag. Wenn nicht noch gefährlicher. In der Nacht sind nämlich ganz viele Tiere unterwegs, die nichts lieber tätende, als ein paar so herrlich zarte junge Bibelchen, um zu Nacht zu verspeissen. Wäre so, zum Beispiel der Meister Uhu. Das ist eine Eule und Eule sind Vögel, die in der Nacht besser sehen als am Tag. Ohne den kleinsten Lärm zu machen, fliegt so ein Uhu durch die Gegend und seinen grossen, gählen Augen entgeht nichts. Oder sagen wir, fast nichts. Die Grasmückenfamilie in ihrem Dornenversteck ist ihm nämlich entgangen. Dafür hat er dann auf der Weisdose eine Mäusle gefangen, die dummerweise gerade einen kleinen Monschi-Spaziergang gemacht hat. Auch der Steinkauz hat in dieser Nacht Jagd gemacht. Der Steinkauz war ein Vetter von Uhu. Und er hatte genauso gute Augen wie dieser. Aber auch er hat nicht gesehen, dass mitten in den Dornen des Berberitzenstrauch eine ganze Vogelfamilie friedlich geschlafen hat. Gesehen hat die Mauz die Familie auch nicht, aber geschmeckt. Die Mauz, das war die Katze vom Nachbarhof. Eigentlich hat sie zwar zu Hause genug zu fressen bekommen. Eine ganze Büchse Katzenfutter im Tag und dazu noch ein Tellerchen voller Milch. Aber in der Nacht jagen sie trotzdem. Das Jagen war sozusagen ihr Hobby, das sie heute Nacht am Zaun vom Domäni Tubac in seinem Garten entlanggeschlichen ist. Da hat sie plötzlich ganz aufgeregt angefangen mit sich selber zu reden. Da schmeckt es von Vögelchen. Mh, herrlich schmeckt es da. Von Vögelchen, mal schauen, mal schnupperen. Mh, da oben ist das Nest, das schnapp ich mir. Das hol ich mir. Das ist doch für unser neises Kind. Au, miau. Au, was ist denn das? Was sticht mich da? Miau. Ja, die Malz hat eine ganze unangenehme Bekanntschaft gemacht mit den spitzigen Dornen vom Berberitzenstrauch. Noch zweimal hat sie es probiert und noch zweimal hat sie sich an diesen Stachelpfoten verstochen. Dann hat sie es sauer wie noch etwas aufgegeben und ist heigeschlichen, zu schauen, ob sie noch ein bisschen Katzenfutter vorig haben im Katzentellerli. Eine Stunde später, aber ist schon wieder jemand gekommen. Einer, der die Jagd bei Nacht nicht nur als Hobby betrieben hat wie die Malz. Ich meine den Fuchs. Reinecke hat er geheissen und er war ganz ein guter Jäger, ein richtiger Profi.